Der 1. FC Magdeburg könnte mit einem Sieg beim VfR allen am Sonntag, 14 Uhr, auf Platz 2 springen. Bescheidenere Ziele hat Rot-Weiß Erfurt, das beim Karlsruher SC zeitgleich auf zwei alte Bekannte trifft. Zwei Kampfbildrechte Immer gut die Woche hat Spuren hinterlassen, sagt Magdeburgs Trainer Jens Hertel über die vergangenen Spiele beim FSV Zwickau, 1 zu 3, und gegen den SC Paderborn, 1 zu 0. Die wichtigste Spur Links außen Michel Nimir, der gegen Paderborn noch das Siegtor sehenswert vorbereitete, fällt gegen allen wegen Knieproblemen aus. Statistik VfR allen Bindestrich 1. FC Magdeburg Ludwig läuft gegen seinen Ex-Verein auf auf der Ostalb auflaufen wird dagegen definitiv Andreas Ludwig, und zwar nicht nur, weil die beiden Sechser Björn Rother und Dennis Erdmann wegen der fünften gelben Karte zuschauen müssen. Laut Hertel dürfte der ehemalige Alna Ludwig gegen seinen Ex-Verein besonders motiviert sein, und erhält darum mal wieder eine Einsatzchance. Links Andreas Ludwig, VfR allen, rechts Keenreichel, auf Eintracht Braunschweig, zu VfR allen vs. Eintracht Braunschweig Andreas Ludwig, links, hier gegen Braunschweigs Keenreichel, spielte in der Saison 2014-15 beim VfR allen, und schoss in 28 Partien zwei Tore. Bildrechte Imago der VfR, früher langjähriger Zweitligist, ist mit 13 Punkten ordentlich in die Saison gestartet, allerdings gab es zuletzt fünf Spiele in Folge ohne Sieg. Dennoch schätzt FCM rechts außen Nils Burzen das Team von Peter Vollmann als starken Gegner ein. Es waren meistens hart umkämpfte Spiele gegen allen, auch diesmal werden wir uns wieder reinknien müssen. Statistik Karlsruher SC, FC Rot-Weiß Erfurt Wiedersehen mit Schwarz und Orlishausen Bei Rot-Weiß Erfurt heißt es nach der ernüchternden 0-2-Pleite gegen die SPVGG Unterhaching und dem vorerst gestoppten Aufwärtstrend. Wunden lecken Denn mit Carsten Kamlott, der sich im Spiel früh verletzte, fällt nun auch die personifizierte RWE-Lebensversicherung aus. Alois Schwarz 2013 unter Alois Schwarz ging es bei Rot-Weiß Erfurt wieder bergauf. Bildrechte Imago keine guten Vorzeichen für das Duell mit dem Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC, der allerdings noch nicht in der dritten Liga angekommen zu sein scheint, und bereits seinen Trainer entließ. Auf Marc-Patrick Meister folgte Ende August Alois Schwarz, der in der Saison 2012-13 in Erfurt an der Seitenlinie stand. Durchaus erfolgreich, denn nach einem schwachen Start ging es unter dem gebürtigen Nürtinger wieder bergauf für RWE. Und auch für Schwarz, der nach der Spielzeit zum SV Sandhausen in die zweite Liga wechselte. Dirk Orlishausen war sechs Jahre lang eine Institution im Erfurter Tor. Dirk Orlishausen, hier im Jahr 2005 in der Party gegen Holstein Kiel. Bildrechte Imago ebenfalls eine eine rot-weiße Vergangenheit hat Dirk Orlishausen, der gebürtige Sämmerdar hütete von von 2005 bis 2011 das Erfurter Tor. Sie sind immer für eine Überraschung gut, meinte Orlishausen vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein. Inzwischen ist der 35-Jährige nur noch zweiter Torwart beim KSC, Erfurter hat er immer noch im Blick. Man sollte den Teufel tun, sie zu unterschätzen.